Hey, meine Rahe Borken, herzlich willkommen zu Part Nummer 3, der Wards. Ich kann die immer noch nicht breeden, das ist ja ein Skandal, okay, das heißt... Ah doch, ein, zwei, verdammt, geht nicht. Okay, wir müssen die weiter vermehren. Ich habe, Leute, ich habe mit meinem Supercoach Fabo Mabo Rücksprache gehalten. Wir haben uns besprochen. Problem ist, die laden halt nur, wenn einer in der Nähe ist. Ansonsten läuft dieser Breeding-Timer nicht ab. Das heißt, ich muss jetzt hier eigentlich rumstehen, weil ich glaube, das Dorf ist... Ich hätte die in Nähe ans Dorf packen müssen, das Dorf ist zu weit weg. Ich hätte die in Boote packen müssen, an Rüberschiffen, das wäre natürlich arschgeil gewesen. So muss ich jetzt immer hier rumstehen und warten, bis die 15 Minuten rum sind, was natürlich ein bisschen quatschig ist, ne? Können ein paar Mobs killen in der Zwischenzeit, Leute. Bisschen XP sammeln, bis wir... Oh Gott, das ist von der Arsch wie der Creeper, äh, Zombies. Bogen, schmeckt. Ich denke, heute schaffen wir es, die erste Level 30 Verzauung durchzuklatschen. Also, safe schaffen wir das. Wir können breeden. Warte, warte, kann ich noch einen? Ne, verdammt, einer bleibt... Wie hab ich die Kühe? Hab ich denn jetzt? Ich hab fünf große Kühe und vier kleine. Boah, das sind schon elf, das ist viel. Auf dem Weg zu meinem Dorf kurzes Statusabwehr. Ich habe mit meinem Coach, Fabo, gesprochen. Wenn ich das Projekt hier, irgendwas hier reiße, irgendeinen Kill mache, geht das auf jeden Fall zu 50% auf Fabos Kappe. Der ist hier anders, weil ich bin komplett in seinem Rucksack. Er hat gesagt, ich hatte sehr viel Pech, dass ich, ähm, dieses Bücherregal-Trade nicht bekomme, weil das ist schon sehr ungewöhnlich, dass ich da drei Lesepulte hinklatsche und dann nicht ein einziges Mal dieser Trade kommt. Und, ähm, er hat aber auch gesagt, dadurch, dass ich jetzt eine Kuhfarm hab, ist es eigentlich relativ sch... Ja, kommt Eisengolem, kümmert ihr euch um den. Es ist eigentlich relativ schnotz und ich brauch den eigentlich so gesehen nicht mehr. Es macht mehr Sinn für unendlich Level, ähm, mehr Bogner zu organisieren. Und das ist auch die Sache, die ich jetzt mache. Wir haben ja hier noch... Boah, hab ich das Kies weggeschmissen? Ich hab doch arschviel Kies. Mann, ey. Hier ist auch echt nicht viel gewachsen, irgendwie. Fabo hat mir außerdem einen anderen Trick gezeigt, wirklich. Das wird wahrscheinlich schon eine Million mal in den Kommentaren stehen. Passt mal auf, Leute, was ich gelernt hab von ihm. Ähm, wir machen jetzt hier erstmal einen Haufen Sticks draus, so. Hier gut, mein Guder, das ist mir schon eine Menge Level. So, passt auf. Man kann das mit Leertaste viel schneller. Boah, diesen anderen Saft... Hä? Warum ist der plötzlich so teuer? Der ist anders, der... Hä? Warum ist der so teuer? Das ist ja ein Skandal. Mit Leertaste kann man das halt ultra-spam und, äh, übel schnell traden. Das ist auch eine Sache, die ich halt... Ah, hier haben wir es doch erst gelernt hab. So. Wir brauchen... Ich mach mal eine Schaufel. Hab ich natürlich weggeschmissen. Klar, anverstanden was. Fabo meinte, es macht so gesehen jetzt keinen Sinn, weiter auf dieses Bücherregal zu geiern. Weil dadurch, dass wir eh unendlich Kühe haben, sind wir so gesehen nicht angewiesen auf die Bücherregale. Worauf wir aber angewiesen sind, sind Level. Weil die Bücherregale werden wir in einer Stunde oder so eh full haben. Weil die Kühe werden ja immer mehr, das ist gar kein Problem. Aber Level ist das Problem, ne? Ja, deswegen meint er, ich soll einfach nur alle Villager, die ich noch hab, möglichst auf nen Bogner machen. Hoffen, dass ich den Stocktrade kriege. Und mir darüber halt einfach die Level organisieren kann. Weil du kannst ja doppelt und dreifach mit den Leveln... Er ist jetzt schon... Alter, hä? Er ist jetzt schon durch. Ich hab noch... Drei... Warte. Playtime. Ich hab noch zwölf Stunden. Chad. Seine Zeit ist einfach rum. Ich schreib doch. Hab noch zwölf Stunden. Oh Mann, ey. Ich bin anders hinten. Junge, was ist das? Er hat überdiszipliniert durchgezogen, ne? Aber ich bin auch so einer, ich will das lieber alles an einem Stück machen. Weil dann bin ich drin, dann weiß ich, was ich letztes Mal gemacht habe. Wenn ich da jeden Tag eine Session mache, da weiß ich ja schon gar nicht mehr, was ich noch gemacht habe. Boah, Weifahr... An die Amir? Sehen ich an, haben wir auch noch Arsch viel. Okay. Okay, jetzt haben wir vier Dinger. Jetzt können wir zwei weitere Bogner uns ziehen. Das ist schon mal gut. Aber da brauchen wir wirklich viele Bäume für, ne? Wir müssen hier echt diese Farms, müssen wir absolut sichern. Immer schön die Setzlinge placen. Am besten immer mehr, als man abbaut. Hier, boom, hier noch einen. Hier noch ein Baum. Easy. Zuckerrohr, brauchen wir auch richtig viel. Stärke 5 Bogen hat er. Boah, das ist schon heavy, ne? Stärke 5. Aber Bogen ist halt so, machst du halt Schild, bist du safe, ne? Bogen ist halt so, kann geil sein. Aber Bogen kannst du halt doch, basically, indem du einfach rechts drückst, ist das Ding halt für den Arsch, ne? Muss man aber bedanken. So. Wir brauchen ein bisschen Holz. Wir machen zwei Bogner-Tische. Boom. Ah, hier sind die doch ohne Job. Perfekt. Komm mal her, mein guter Stock. Bitte. Ja, das ist sau wichtig jetzt für uns. Komm mal her, mein guter. Gönn mir einen Stock. Trade. Ja. Dreimal. So, was ich euch zeigen wollte, ist, man kann halt doppelt und dreifach mit den traden. Weil wir können jetzt zu dem hingehen, zu dem hier zum Beispiel, und können jetzt für die Smaragde, die wir ja von dem bekommen, die wir halt nicht brauchen, wir brauchen sie einfach nicht, können wir halt jetzt zum Beispiel Pfeile traden, ne? Boom. Jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Stack Pfeile. Wir können hier ein paar Bogen von dem traden. So. Easy, ne? Also, das ist halt, ich brauche eine zweite Kiste, das ist zu crank hier. Jetzt sind wir halt fast schon Level 30, ne? Wenn das mit der Q-Farm jetzt gut anläuft, ist das hier ein Full-Enchanter-Ding. Heute noch. Jetzt brauchen wir aber halt auch eine entsprechend große Holzfarm, um überhaupt die, ähm, drei Bogner zu supporten, ne? Ich würde sagen, wir machen uns mal auf Level 30, einfach für den Flex. Komm mal her, hier. Level 30. Alter. Ich habe hier nur, ich habe drei Bogner, ey. Ey, das ist unendlich Level. Das sieht sehr gut für uns aus, ohne Witz. Sieht sehr gut aus. Ich weiß, ich habe noch kein Dior und noch nicht verzaubert. Die denkt jetzt so, ja, Benson, dir geht ja nichts voran und so. Das geht anders voran. Aber das sind halt Investitionen für die Zukunft, ne? So, wir gehen jetzt mal zur Q-Farm, weil die ist jetzt wichtig. Wir brauchen jetzt schnell viele Kühe. Lasst kurz rechnen, wir brauchen 15 Bücherregale. Das heißt, wir brauchen 45 Leder. Wir könnten aber auch versuchen, auf Looting zu gehen. Für Looting brauchst du, ähm, aber es ist schon random halt, ne? Aber für Looting brauchst du drei Bücherregale. Aber ich will eigentlich, das Ding ist, es macht eigentlich keinen Sinn, auf Looting zu gehen, weil die Q-Farm ist halt heftiger. Wenn ich jetzt so viele Kühe da kille, dass ich drei Bücherregale machen kann, das nimmt ja die ganze Power weg, ne? Weil es wird ja immer verdoppelt, immer verdoppelt. Oh, was haben wir denn hier? Ja, das ist natürlich eine sehr geile Nummer. Und da habe ich einen Sattel, der kein Leder gedroppt hat. Das ist ja eine bittere Nummer. Ein Leder. Mann, ey. Das Ding ist, die Hühner zu killen, macht ja auch gar keinen Sinn mehr. Aber ich habe ja gesagt, ja, für Pfeile. Ja, okay, ich habe unendlich Pfeile. Ich brauche ja nicht mal Unendlichkeit. Unendlichkeit ist eigentlich Quatsch. Mein Gott, ich kann mir 7000 Pfeile traden oder so. Wir werden halt mehr als ein Amboss brauchen, ne? Ein bisschen Eisen wird noch Sinn machen. Okay, der 15-Minuten-Timer ist jetzt abgelaufen. Jetzt ist es wichtig, wer... Ah, Alexa? Stopp. Das ist jetzt wichtig, weil je nachdem, wie der Server halt funktioniert. Wenn wir die jetzt breeden können, dann können wir die Farm da lassen. Dann spielt es keine Rolle, dass die weit weg ist vom Dorf. Wenn wir die jetzt nicht breeden können, dann heißt das, die sind zu weit weg und die werden nicht geladen. Das heißt, der Breeding-Timer zählt nicht ab. Das wäre fatal, weil dann würde der nur zählen, wenn wir neben den Kühen stehen. Und da können wir im Dorf nichts machen. Dann müssten wir relativ aufwendig die Kühe irgendwie ins Dorf bringen. Kriegen wir aber auch hin. Das ist gar kein Problem. Das ist nur ein Stegbau. Und da machen wir uns einfach eine Schaufel. Aber es wäre natürlich schon chilliger, wenn ich sie jetzt breeden könnte. Das wäre geil. Wir testen. Ja. Dachte ich mir. Wir müssen die rüber transportieren. Das hilft nichts. Okay. Dann müssen wir mal ein Eisen in die Hand nehmen. Wir müssen hier mal... Das ist aber kein Problem. Das kriegen wir easy hin, Leute. Weil das steigert einfach die Effizienz meiner Farm halt unendlich. Wenn das halt alles gleichzeitig lädt. Wie macht man das? Machen wir einfach hier so einen kleinen Weg rüber. Wir nehmen einfach Holz. So. Es geht schneller. So. Jetzt können wir hier lang mit den Kühen. Dann hier ganz außen lang. Ich muss erst mal den ganzen Weg checken. Weil ich glaube, jetzt kommt noch eine Stelle, wo wir nochmal einen Weg brauchen. Wenn die mal alle so motiviert werden wie die Kinder. Kinder sind viel schneller, ey. Mann. Jetzt wird auch noch Nacht. Wenn ich ja mit meiner Kuhfamilie unterwegs bin. Oh. Sind die hier nicht mehr. Komm. Hallo. Danke. Stani. Oh mein Gott. Hab Raid-Stützpunkt. Mit Totem. Raid-Stützpunkt. Was ist denn ein Raid-Stützpunkt? Ich meine den Außenposten. Außen kann ein Außenposten. Kann doch gar kein Totem haben, oder? Totem ist aber huge. Wobei ich sage ehrlich, Totem ist schon geil. Aber es ist jetzt nicht ein Ultra-Game-Changer. Also ich denke nicht, dass es eine Situation gibt, wo du gekillt wirst und durch das Totem wiederbelebt wirst und dann den anderen killst. Wird glaube ich nicht passieren. Ich glaube, wer halt stirbt durchs Tod, also wer halt stirbt und dann wirst du halt einfach nochmal gekillt. Weil der andere haut sich dann halt in den Goldapfel rein, kritelt dich weiter weg und so. Also ist schon geil. Ich meine, geschenkt würde ich es jetzt auch nehmen. Aber damit ich ja lieber bei meinen Betsy's. Ey, die sind wertvoller, sag ich wie es ist. Ich hatte doch sogar ein Gehege da links. Guckt mal. Das ist ja perfekt. Dann kann ich die gleich reinbringen. Die ist sogar größer. Ist sogar ein Upgrade. Zuckerrohr ist auch ein bisschen gewachsen in der Zwischenzeit. Geil. So, jetzt buxieren wir die hier noch ein bisschen rum. Bum, bum. Das hat jetzt aber auch ganz schön lange gedauert, ey, ne? Aber jetzt habe ich die Kühe hier. Ein paar Kühe habe ich unterwegs verloren, aber ist nicht so schlimm. Ich brauche eine bessere, ich brauche eine Steinachs. Das ist hier Quark. Eigentlich macht es ja Sinn, die Axt zu verzaubern, ne? Weil die benutze ich jetzt eh so viel. Wo stellt man das Teil hin? Äh, weiß nicht, hier. Ähm, wir haben in der Zwischenzeit auch ein bisschen Leder gefarmt. Ähm, das heißt, ich kann mir hier Bücher machen. Ich baue mal ein bisschen Zuckerrohr hier ab. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Ich brauche mal so ein bisschen ab hier. Ach, ich habe sogar Papier. Zack, zack, so. Äh, Leder, wo haben wir es? Hier, bum, bum. Vier Bücher. Ich brauche, ich brauche mehr. Das hat wieder viel Zuckerrohr abgerissen. Das macht das natürlich ineffizienter, Leute. Aber was soll man machen, Leute? So, sechs Bücher. Perfekt. Ähm, boah, ich muss ja echt mal inventar mal aufräumen. Das ist eine Catastrophe. So, Bücherregale. Äh, bum, bum. Bum, bum. So, jetzt haben wir zwei Bücherregale schon mal. Die platzieren wir jetzt. Oh Gott, Mucki, ich bin hier gerade am Business machen. Mein Kla... Weiß ich nicht, Mucki, was das jetzt für eine Aktion wird. Ähm, Axt. Haltbarkeit 1 ist ein bisschen mau, ne? Stärke 1. Ach, weiß ich nicht. Mucki? Bruder? Boah, besser ist es auch, ey. Wo ist denn mein Lapis, sag mal, hier? Mein Lapis wird halt gar nicht zum Verzaubern reichen, ne? Haltbarkeit 1. Klar, was soll's. Aber es kostet 3 Level, ne? Ah, Haltbarkeit 1 für ein Level. Oh, perfekt. 41 Lapis, da werden wir auch nochmal farmen müssen. Jetzt geht's los, Leute. Ah, verdammt, hab ich den Trick wieder nicht gemacht. So, der ist geblockt jetzt. Das geht mal direkt zum nächsten. Achso, ich hab gar keine Sticks mehr. Der hat die alle verbraucht. Egal, bin Level 30. Nice. Ich brauch halt ne Kiste nur für meine Bögen, ne? Das ist halt komplett krank. Was würdest du machen, ey? Ich hab auch so viele Smaragde. Aber jetzt zu traden macht keinen Sinn. Das ist zu teuer. Ich hab auch so viele Äpfel. Alter Schwede. Können hier auch mal ein paar Dinger hier machen. Nein, aber ich hab leider nicht zu viel. Also, mir fehlt ein bisschen Gold, ne? Jetzt haben wir schon mal 3 Goldäpfel. Ist auch nicht schlecht. Ich kann auch schon mal die Dia-Sachen craften. Passt mal auf. Wir brauchen auf jeden Fall ne Dia... Ups. Ne Dia-Chessplate. Dia-Hose. Dia-Schuhe. Dia-Hose. Ne, was hab ich jetzt richtig? Brustplatte, Helm, Schuhe, Hose. Genau. So, wir brauchen definitiv ein Dia-Schwert. Das ist das, was wir eigentlich safe, safe brauchen. Dia-Axt brauchen wir eigentlich nicht. Weil du kämpfst halt mit dem Schwert. Axt ist nur dazu da, das Schild zu brechen. Das heißt, mit der Axt machst du eh keinen Schaden. Ob es jetzt eine Dia-Axt ist oder eine Stein-Axt, ist vom Prinzip her eigentlich erstmal schnurz. Das heißt, wir heben die Dia-S definitiv auf. So, wir verzaubern die Sachen hier aber eh noch nicht. Weil wir wollen auf Level 30 verzaubern. Dazu brauchen wir 15 Bücherregale. Und wir haben erst 2. Hä, ich kann die schon wieder breeden. Es dürfte gar nicht gehen eigentlich. Hä, haben die den Timer geändert? Ich glaube, diese 15 Minuten, die ich da rausgesucht habe, die stimmen gar nicht. Konnte die jetzt schon wieder breeden? Oder ist das maximal? Wahrscheinlich ist es maximal 15 Minuten, ne? Weil das waren jetzt nur 10 und ich konnte die schon wieder. Wahrscheinlich geht das viel schneller. Wie viel haben wir denn jetzt? 3, 6, warte mal, 3, 6, 7 Erwachsene und dann nochmal irgendwie nochmal 6 Kinder. Boah, das ist schon krank, ne? Öh! Kommt das Bienen das denn her? Was ist das schon immer hier? Oh, manne. So. Jetzt haben wir denen noch den Kessel weggenommen. Den könnten wir jetzt vom Prinzip her... Na, ich hebe mir den erstmal auf. Na, oder wir probieren... Ja, was wir halt probieren könnten, aber das ist ein High-Risk-Ding. Wir könnten ihn halt zu einem Farmer machen. Wenn du Glück hast, kriegst du den Brot-Trade. Das heißt, du kannst dir Brote für Smaragde von ihm kaufen. Und das ist OP. Weil dann hast du entweder Äpfel oder... Also hast du Äpfel, wenn du Glück hast. Das ist schon mal geil, kannst du Äpfel kaufen. Oder du hast später dann goldene Karotten. Das ist halt geil, ne? Aber es ist halt ein Risiko. Weil wenn er diesen Brot-Trade nicht kriegt, ist er useless. Er muss diesen Trade kriegen. Ich würde schon gerne das Risiko eingehen, ehrlich gesagt. Weil wir haben... Weil wir haben eh... Wir können nicht so viele Sticks herstellen, dass wir hier wirklich drei Leute bedienen können. Wir haben ja aktuell jetzt drei Atzen. Also so viele Bäume kann ich ja gar nicht abbauen. Und ich habe 26 Äpfel. Also Äpfel habe ich jetzt eigentlich unendlich. Also eigentlich brauche ich diesen Apfel-Trade da gar nicht mehr. Aber der goldene... Aber eigentlich ist Quatschen nur für einen goldenen Karotten-Trade. Ich meine so krass. Ich meine, ich habe eh unendlich Steaks. Durch meine Kuhfarm. Ob es jetzt das ist mit den Karotten? Kann ich sie breiten? Oh geil, jawohl. Das war auf jeden Fall wichtig, dass wir den hier rübergezogen haben. So geht noch wer? Geht noch wer? Will noch wer? Ne, das war es, oder? Weil ich habe hier doch... Ach, der hat immer noch einen Job wegen diesen Kackdingern hier. Mann, ey. Warte, wir hatten doch hier so einen... Vom Karteografen. Der hatte doch hier solche Teppiche. Na ja, ja, genau. Dann nehme ich hier mal Teppiche, damit ich da ordentlich reinlaufen kann. Ich würde sagen, weil wir den letzten Villager eigentlich eh nicht brauchen, wir versuchen noch mal ein Lesepult, oder? Wir machen noch mal ein Lesepult. Vielleicht haben wir ja Glück. Es wäre schon big, wenn wir da ein Büchergal rausgehen. Das würde das Ganze halt ein bisschen beschleunigen, Alter. Ich meine, wir sind jetzt nicht darauf angewiesen oder so. Früher oder später würden wir es eh hitten. Aber wenn wir eh hier noch einen Frei-Villager rumlaufen haben, dann wieso nicht, ne? Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. So. Let's go. Es ist... Ich habe es mal in der Singleplayer-Welt noch mal probiert. Ich habe von vier Villagern dreimal den Bücherregal-Trade bekommen. Hier habe ich von dreien ihn gar nicht bekommen. Selbst wenn ich jetzt ein viertes Mal den nicht kriege, ist es gecheatet, Alter. Ich schwöre. Mach jetzt nicht Auge mit deiner Brille. Und... Ach, so. Okay, das ist aber huge, dass wir den jetzt bekommen haben. Das ist sehr, sehr geil. Ich kann nämlich meine ganzen Smaragde mal holen. Es ist wirklich dieser Regen auf diesem Server. So, rücken Sie mal die ganzen... Boah, ich habe so viele. Geil. Kann ich die schon wieder breeden? Ich werde krank. Alter, es geht. Ach so, es war nur der eine, der andere nicht hat. Okay. Kommen Sie mal ran hier, mein Guder. Ich möchte hier... Acht Bücherregale. Und da steht eins noch. Das heißt, wir haben jetzt schon neun. Oh, warte, wie viel Zeit habe ich noch in der Folge? Neun Minuten. Scheiße, ey. Ich habe ja versprochen, dass das hier... Was ist das versprochen? Aber ich habe gesagt, dass das hier ein Full-Enchant-er-Ding wird. Zwei. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie das Bug bestimmt mit diesen komischen Scheiß-Wegblöcken. Ein bisschen kommen die mal weg hier. 24 Smaragde. Das reicht aber noch nicht für einen Full-Enchant-er, glaube ich. Mann, das ist halt sehr level-ineffizient, was ich jetzt mache. Aber ich will jetzt halt unbedingt in dieser Folge den Full-Enchant-er noch fertig haben. Kleiner Rabatt nehme ich. 29. Jetzt habe ich auch gerade kein Holz mehr. Ich habe noch 64 Stacks hier. Hier nochmal 64 Stacks. Okay, das können wir nochmal ein bisschen machen. Stärke 2 Bogen für 17 Smaragde. Das ist auch ein leckerer Trade, würde ich mal sagen, ne? So. Jetzt gehen wir nochmal mit 33 Smaragden dahin. Wir brauchen... Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie viel wir noch brauchen. Das waren eigentlich nicht viele. Kann ich breen? Ja, geil. Let's go. Super. Oh nein, ich habe das Tor aufgemacht. Doch nicht. Komm her, mein Guder. So. Der hat die teurer gemacht. Dieser Smaragd-geile Sack. Mann, es hat nur für drei Dinger gereicht. Ja, wirklich. Inflation hittet auch in Minecraft drauf. Jetzt müssen wir Bäume fahren. Wir schaffen das noch. Wie viel Zeit noch? Sieben Minuten. Hö, gefühlt fast gar nichts verbraten. Nur zwei Minuten. Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt? Drei. Sechs. Sieben, acht, neunz. Wir haben zwölf. Nur noch drei Dinger. Let's go. Wir schaffen es. Let's go. 18 Smaragde. Reicht nicht. Das hatte ich ausgerechnet. Ich brauche drei Bücherregal. Brauche ich 30 Smaragde. Das heißt, wir haben jetzt schon ein bisschen über die Hälfte. Brauchen wir Bäume, ne? Irgendwie habe ich hier manchmal so Dörre-Pausen. Es fehlt mir hier ein Setzling für die Geschichte. Verdammt. Habe ich hier irgendwo einen? Ja. Immer wenn man einen Baum abholzt, nachpflanzen. Wichtig. So. Okay, das müsste jetzt aber doch eigentlich reichen für einen Full-Enchanter, oder? Lass mal hier hingehen. Wo haben wir einen guten? Wir haben einen guten Angebot. Das ist gut. Ach, er ist geblockt. Verdammt. Hältst du? Ich bin Level 35. Das ist so Level-ineffizient, was ich hier gerade mache. Aber es ist schmurz. 32 Dias. Wenn der jetzt nicht blockt, sind wir Full-Enchanter noch. In der dritten Session. Boah, das ist sehr stark, denke ich. Also, weiß nicht. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht einschätzen, aber... Ich glaube, Full-Enchanter ist schon strong. Für Walls halt, ne? So, können wir hier ein bisschen Action machen? Ja, das ist super. Boah, die Q-Farm ist auch komplett am Eskalieren, ne? Komm her, mein Guder. Bücherregale. Vier Bücher. Ja, das ist Quatsch. Drei Bücher. Perfekt. Fünf Smaragd ist sogar übrig. Mach ich. So. Buff. 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 Level 30. Full-Enchanter. He, he. Geil. So. Jetzt können wir eigentlich direkt mal was testen. Jetzt nehmen wir nämlich die ganzen Sachen ins Inventar. Schwert haben wir ja gerade schon gesehen, ne? Das Schwert ist Quatsch. Verzauberung. Braucht man nicht. Hose. Das ist auch Quatsch. Das ist auch Quatsch. Das ist auch Quatsch. So, das heißt, die verzaubern wir jetzt nicht. Jetzt wäre ein Buch dran. Nehmen wir, dass ich aktuell noch keine Bücher habe. Wir können aber weiter Bücherregale traden. Ist ja gar kein Problem. Die machen wir dann einfach zu Büchern. Jetzt geht es ans Full-Enchanten. Wir haben den Full-Enchanter. Wir haben Bücher. Wir haben Level. Jetzt geht es komplett ab. Ich denke, nächste Episode werden wir hier mindestens Schärfe 4, Schutz 4, Power 4 haben. Vielleicht auch Verbrennung. Es könnte sogar sein, dass wir in der nächsten Episode Full-Enchanten sind. Könnte sein, wenn es sehr gut läuft. Das ist ein bisschen glücksabhängig. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Abonniert den Kanal auf jeden Fall kostenlos, um nichts zu verpassen. Würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und klickt jetzt auf das Video, um direkt zum nächsten Video zu kommen. Bis dahin, euer Benson. Ciao.